Ein letztes Mal. Jetzt wird es hart. Jetzt kommt der Lower Lift. Die Hände gehen hinter den Kopf. Erst recht, wenn du in der Position hier, wo Josephine ist, ist das richtig schwierig, weil hier ist gar kein Support mehr. Bernd hat noch etwas Support, Josephine gar kein mehr. Und es geht los für 1, 2, 3 und auf eine Zeit nach oben hoch. Und es geht 3. Die andere Seite wieder raus nach oben. Wie oft machen wir das? 3 bis 5 Mal. Die Damen 3, die Herren 5 und wieder rauf. Genau, oder die starken Ladies auch gerne 5. Be my guest. Schön die Hüfte gerade lassen. Schön hier reingedreht bleiben. Genau. Und wenn ihr eure 3 bzw. 5 habt, setzt die Füße wieder nach vorne. Dann bleibt ihr oben, haltet oben. Arme in die Genie. Und dann Rücken rund machen. Schultern über die Hüfte. Hier richtig schön nach hinten aufrichten. Und dann für 16 Mal das hintere Bein beugen und strecken. Richtig schön nach hinten. Schultern über die Hüfte und das Becken schön nach vorne schieben. Sehr gut.